Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benni. Schön, dass du da bist. Immer wenn ich jetzt die Anmoderation mache, dann muss ich immer daran denken, wie ihr mich in Ham angewufft habt. Egal. Heute zeige ich dir, wie du dein Epipremnum Pinatum Album vermehrst. Das heißt, wie gehen wir vor? Das heißt, ich würde dir zuerst zeigen, was du alles brauchst, dann meine Epipremnum vorstellen. Zumindest das, was gerade übrig geblieben ist. Mir ist vielleicht ein kleines Upsi passiert. Dann sind wir auch schon fertig. Im Grunde ist es eigentlich ganz einfach. Genauso wie bei der Syngonia habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Das heißt, was brauchst du? Eine kleine Schere. Am besten ist, dass du sie vorher desinfizierst. Das heißt, wenn du es nicht machst, dann kann die Schnittstelle anfangen oder schneller die Chance steigt, dass die Schnittfläche anfängt zu schimmeln, zu faulen oder sonst was. Deswegen wichtig, dass du dich vorher zumindest so ein bisschen desinfizierst. Wenn ihr es habt, ist cool. Wenn nicht, dann nicht. Zumindest ist die Chance groß, dass ihr zumindest Zimt zu Hause habt. Das ist jetzt ein ganz einfaches Ceylon-Zimt gemahlen. Könnt ihr nehmen. Warum braucht ihr das? Und zwar da tupfe ich immer meine Schnittflächen von den Stecklingen ein. Oder ich nehme dann halt irgendwie immer so diesen kleinen Steckling und tupfe den Ende so die Schnittkanten ab. Wirkt antibakteriell. Das heißt, die Chance, erhöht die Chance, dass das nicht anfängt zu schimmeln. Deswegen ist das ganz cool. Ihr könnt aber auch Kohle nehmen. Habe ich glaube ich auch schon gesehen. Ihr könnt aber auch irgendein fancy Stuff aus dem Internet nehmen. Aber ich nehme Zimt, weil ich das eigentlich immer hier habe. Das heißt, das haben wir schon. Wir sind heute richtig gut. Ich habe ein bisschen Allergie heute. Nur schon mal vorgewarnt. Das heißt, jetzt zeige ich dir mein Epipremium. Mir ist vielleicht ein kleines Upsi passiert. Das heißt, das Ding hat keine Wurzeln. Das, was hier drin ist, ist alles schwarz und verfault. Also hier wird es noch ein bisschen weiß hier oben. Aber die Pflanze sieht vielleicht etwas traurig und etwas müde aus. Also das hier ist mein Totenpfahl. Hier oben sieht es irgendwie noch gut aus. Hier hat es denn zum ersten Mal so ein bisschen angefangen. So ein bisschen ist hier so die Variation durchgekommen. Finde ich sehr schön. Aber hier wurde es dann halt sehr, sehr traurig. Gerade so die Seite. Da hängen dann schon so die Blätter runter oder sind abgeknickt. Wenn man dann noch tiefer geht, dann hängt es halt noch mehr. Gerade so auf der Seite. Und hier unten ist halt gar nichts mehr. Die Totenblätter habe ich vorher extra nicht abgemacht, damit ihr das jetzt halt auch alles so schön sehen könnt. Genau. Auch bei Benny passieren mal kleine Upsis. Das heißt, wie machen wir das? Ich glaube, ich bereite den kleinen Stamm hier erstmal so ein bisschen vor, damit wir den besser beschneiden können. Der ist jetzt natürlich auch so richtig schön in diesen Stamm gewachsen. Den kriege ich jetzt gar nicht ab. Okay. Haben wir gleich. Ach, von oben. So. Also nehmen wir mal an, ihr habt ein kleines Epipremium Album Variegata. Zum Beispiel das hier ist jetzt dein kleiner Steckling. Ist jetzt halt eigentlich, also verhält sich wirklich fast eins zu eins genauso wie bei der Syngonie. Das heißt, im besten Fall habt ihr halt auch schon welche Luftwurzeln. Zumindest hier auf der Seite sieht man das ganz cool. Genauso hier, wo sie an dem trockenen Moosstab entlang gewachsen ist. Und zwar verhält sich das wirklich ganz genauso wie bei der wie bei der Syngonie. Und zwar habt ihr eigentlich immer da, wo ein Blatt rauskommt. Zum Beispiel hier ist ein Wachstumspunkt. Hier ist einer. Da ist einer. Und genau so macht man das weiter. Hier ist einer. Da ist einer. Hier. Und ihr müsst jetzt halt eigentlich genauso da, wo ihr den jetzt halt eigentlich haben wollt, jetzt halt abschneiden. Wenn ihr jetzt sagt, okay, was machen wir mal. Ich glaube, so bis hierhin würde ich den gerne in Wasser stellen. Und ich schneide den jetzt knapp drüber einmal ab. Das heißt, hier schneide ich den jetzt ab. Das reicht mir. Dann habe ich jetzt hier eins, zwei Wachstumspunkte. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt ist mir der Steckling runtergefallen. Verdammt. Okay, dann zeige ich das jetzt hier an dem hier. Okay, das heißt, hier hat man muss ja gucken, wo man bleibt. Das heißt, wir haben jetzt hier theoretisch eins, zwei, drei Wachstumspunkte. Wir haben jetzt hier noch eine ganze ganze Menge an Luftwurzeln. Ich mag das immer nicht, wenn das hier so rumfliegt. Und dann wäre jetzt das hier theoretisch dein kleiner Steckling. Und was du ab dem Zeitpunkt, boah, für richtig schönes großes Blatt, oder? Was du jetzt theoretisch mit dem Steckling machst, zu dem Zeitpunkt, ist ja eigentlich selbst überlassen. Das heißt, du kannst den jetzt entweder in Wasser stellen. Das heißt, dann so bis hier würde ich den dann ins Wasser stellen oder bis hierhin. Also nicht, dass dieser neue, neue Strang hier im Wasser steht, aber so ungefähr bis hierhin. Dann würden sich überall, wo diese Wachstumspunkte sind, neue Wurzeln bilden oder gegebenenfalls die auf der Rückseite würden sich ein bisschen stärker ausbilden. Genau, also was ihr jetzt letzten Endes damit macht, ist ja eigentlich vollkommen selbst überlassen. Das heißt, ihr könnt den in Wasser stellen, direkt ins Substrat rein, in Erde, Perlite, irgendwelches Granulat für Aquarien. Sand habe ich halt auch schon gesehen, Aquariengranulat. Blähton, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wo ihr nur so ein bisschen vorsichtig sein müsst, das Blatt wegen der Blattgröße, also wenn das Blatt ungefähr so groß ist, so wie meins, das ist meine Hand im Vergleich, dann braucht die Pflanze sehr lange, um Wurzeln zu bilden. Das heißt, die ganze Pflanze nimmt die ganze Energie und schickt die in das Blatt, dass das Blatt versorgt wird. Und deswegen macht man halt eigentlich immer den hier. Man drittelt das Blatt oder man schneidet den größten Teil von dem Blatt halb ab. Und ich habe ja hier halt auch noch ein Blatt. Das heißt, das reicht, um die Pflanze zu versorgen. Das heißt, theoretisch bräuchte ich das Blatt hier unten gar nicht. Also das hier. Und genau. Das heißt, je größer das Blatt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Pflanze wirklich so wahnsinnig lange braucht, um neue Wurzeln zu kriegen. Das ist ja das eigentlich, was wir wollen. Klar, das Blatt war zwar schön, aber irgendwann fängt das Blatt halt auch die ganze Energie rauszuziehen, weil sie merkt, ey, ich schaffe das nicht und steckt die ganze Kraft dann halt in die Wurzeln. Oder zumindest möchte ich das. Zuerst Wurzeln und dann irgendwann später kommt dann sowieso ein neues Blatt raus. Also egal, wo es jetzt rauskommt, der Stängel hier oben ist gerade abgebrochen. Aber irgendwo hier wird höchstwahrscheinlich noch ein neuer Trieb rauskommen oder gegebenenfalls dann irgendwo hier ein neuer Abzweikommen. Das heißt, was würde ich jetzt noch machen. Ich würde jetzt halt eigentlich diesen ganzen Totempfahl einmal fast in Stecklinge verwandeln wollen. Das würde ich gerne machen, auch wenn mir das wahnsinnig leid tut. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Ich würde auch gerne so einen Strang gerne ein bisschen länger lassen. Genau. Das heißt, wie ihr die jetzt vermehrt, das wisst ihr jetzt. Oh, hier oben hat sie auch schon angefangen zu schimmeln. Aber das ist nicht gut. Oder gut, dass wir das jetzt sehen und machen. Genau. Das heißt, wie ihr die jetzt vermehrt, das wisst ihr jetzt. Mir ist halt auch aufgefallen, so ein bisschen, dass die... Oh, ich kriege das gar nicht ab. Hält mich gerade mal so auf. Das hat sich hier so fest an diesen Stab herangewurzelt. Oder Benni ist schwach. Das kann jetzt auch sehr gut sein. Also ich finde die Messe jetzt so im Nachhinein eigentlich sehr schön, die Pflanzenmesse in Hamm. Den kriege ich gar nicht ab. Moment. Da sind wir wieder. Zum Glück habe ich die ganze Pflanze jetzt halt so ein bisschen in Stecklinge verwandelt. Denn die hat da irgendwie schon teilweise so ein bisschen angefangen zu schimmeln. Die Stängel sahen auch teilweise nicht mehr so gut aus. Das heißt, man hat gesehen, dass die Pflanze nicht genug Wasser gekriegt hat. Ich glaube, sowas muss ich dir, glaube ich, nicht zeigen. Genau. Ich zeige dir jetzt erstmal so meine Stecklinge und dann habe ich noch eine kleine Sache vergessen, die du danach machen musst. Das heißt, du hast deine Stecklinge zum Beispiel erfolgreich jetzt halt abgeschnitten. Zum Beispiel sowas kann theoretisch halt auch ab. So ein Blatt. Das hat einen Knick. Das geht sowieso ein. Dann theoretisch, du hast jetzt hier deinen kleinen Steckling und den musst du natürlich noch die Schnittkanten so ein bisschen in Zimt tauchen, dass das so ein bisschen desinfiziert. Das lässt du jetzt halt einfach so ein paar Minuten stehen, bis diese Flüssigkeit hier oben an der Schnittkante sich halt gesetzt hat. Dann bist du halt auch schon fertig. Das heißt, ich zeige dir jetzt halt mal so die Stecklinge, die ich jetzt hier gemacht habe. Guck mal, hier ist halt noch einer. Den finde ich eigentlich ganz schick. Da tauche ich jetzt hier auch so ein bisschen Zimt ein. Genau. Das heißt, wir können ja auch noch so ein bisschen so die restliche Zeit halt nutzen, um so ein bisschen über Hamm zu schnacken. Ich fand eigentlich Hamm ganz gut. Man hat sich so mit den Pflanzenkaufen wirklich sehr zurückgehalten. Guck mal, das ist zum Beispiel ein sehr schöner Steckling. Hier machen wir auch noch ein bisschen das Blatt halt ab. Schere? Da hinten. Ja, man hat sich mit den Pflanzenkaufen wirklich sehr zurückgehalten, fand ich. Denn ich habe halt eigentlich vor, noch mal nach Equagenera Europa zu fahren. Zumindest zu dem Tag der offenen Tür. Da wollte ich halt noch mal gucken, was Equagenera da so macht. Ich habe wirklich alles versucht zu retten an einer Pflanze, was halt ging. Genau, was halt Equagenera da so macht. Zumindest was so von diesem riesigen, von dieser letzten Auktion halt wirklich noch übrig geblieben ist. Denn da sind ja wirklich sehr viele große Pflanzen, sehr viele große Pflanzen bei weggegangen. Und ich muss jetzt halt mal gucken, ob die da jetzt halt schon neue gekriegt haben oder was jetzt halt da so Phase ist. Genau. Das wollte ich halt mal gucken. Das heißt, ich bin mir halt noch nicht so sicher, was das halt wirklich für ein Video wird, dieses Equagenera Video. Guck mal hier, ich mache halt eigentlich auch immer sehr gerne diese untersten Blätter halt ab. Jetzt kann das richtig schön lange oder so richtig schön hoch im Wasser stehen. Und jetzt habe ich hier oben noch ein schönes Blatt, was das letzten Endes für ein Video wird bei Equagenera. Das heißt, ob wir da noch mal irgendwie so ein bisschen durchgehen und noch mal ein bisschen gucken, was Equagenera da Neues hat. Ich habe halt auch gesehen oder zumindest gehört, dass sie da zumindest neue Räume aufgemacht haben. Das fände ich zum Beispiel halt auch ganz interessant. Und das war wirklich so schwierig, diese Pflanzlichkeit, diese Pflanze halt von diesem Moosstab abzumachen. Wäre sehr viel einfacher gewesen, wenn es jetzt ein nasser Moosstab gewesen wäre. Da hätte man den Moosstab halt einfach halbieren können und hätte den dann halt einfach so mit dem Stab in einen neuen Topf setzen können. Das funktioniert halt aber bei mir nicht, denn ich bin ja auf Semihydro. Und wenn ich jetzt halt diesen kompletten Stamm mit diesen Fusseln da in das Wasser tunke, das funktioniert bei mir leider nicht. Deswegen muss ich diese Pflanze da immer so abrupt von diesem Moosstab abreißen. Jetzt haben wir hier noch einen schönen langen. Der sieht zumindest ganz schick aus. Hier müssen wir aber sehr viele Blätter abmachen. Das tut mir jetzt sehr leid über diese sehr große Pflanze, aber ich habe damit halt so ein bisschen gerechnet. Ich habe damit halt so ein bisschen gerechnet, denn die Wurzeln waren halt auch nicht so schön. Ich glaube, den lasse ich mal so in der Hoffnung, dass er so bleibt. Genau, dass das noch so ein richtig schöner großer Steckling wird, weil sonst habe ich jetzt hier nur kleine. Aber ich fand das halt sehr schön, dass man sich zumindest mal auf der Messe getroffen hat. Hier oben wird es halt auch schon irgendwie gelb. Zu wenig Nährstoffe gekriegt. Genau, das sind jetzt hier erstmal alle meine Stecklinge. So viel habe ich jetzt gerettet oder retten können. Die kommen jetzt halt in meine Box zumindest. Ich hoffe, ihr habt das Video zumindest halt so ein bisschen hilfreich empfunden. So einfach eine Epipremium oder eine Sygonie oder einen Philodendron schneiden. Im Grunde ist es ja letzten Endes irgendwie alles das Gleiche. Solange der Stamm irgendwie zumindest so ein bisschen aussieht und du hast hier halt irgendwelche Wachstumspunkte, gilt das Gleiche halt eigentlich. Irgendwie immer zwischen den Wachstumspunkten abschneiden, ein bisschen Platz lassen. Das heißt, jetzt nicht so knirsch jetzt hier abschneiden und das jetzt hier versuchen zu wurzeln. Denn du musst halt immer damit rechnen, dass hier oben immer ein bisschen anfängt zu schimmeln. Und wenn du jetzt das direkt hier abschneidest, dann hast du da nicht so viel von. Das heißt, der Stamm, der Steckling sollte halt eigentlich auch schon so eine gewisse Länge erreicht haben. Das heißt, wenn irgendwann mal was schief geht, dann hast du halt immer noch ein paar Punkte, wo du es zumindest retten kannst. Wenn du jetzt anfängst, wenn du jetzt sagst, der Stamm fängt jetzt von hier an zu schimmeln, dann kannst du irgendwie hier abschneiden. Dann hast du halt immer noch so viel übrig und das lohnt sich halt eigentlich. Das sieht so traurig aus. Aber letzten Endes ist es halt das Gleiche. Anturien fallen halt so ein bisschen raus und Alokasien. Aber letzten Endes gilt das halt für alle Pflanzen. Genau. Equagenera steht noch an für uns. Irgendwann, ich glaube, am 24. nächsten Monat oder kommenden Monat. Genau. Diesmal ein bisschen kürzeres Video. Ich hoffe nicht, dass das zu konfus war. Aber schaltet doch gerne nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder ein, wenn ich mit euch wieder irgendeinen Pflanzenquatsch mache. Bis gleich. Okay. Okay.